so und da sind wir wieder wenn unseren kleinen verträumten häuschen ja ich werde heute mal ein bisschen länger aufnehmen als statt nur dass die sonne von da nach da wandert ich will ja auch ein bisschen schatten erstmal würde ich das hier abtragen schreckt lassen nach mein handy hat gepumpt damit wir ein bisschen platz haben ich stehe in der tür drinnen ja so kleine sitzecke hier da ist die workbench hier meine erste kiste juhu mein bett natürlich dritten auch mein fensterchen flitze 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 ich denke mal wenn er hier noch schwebt dass da irgendwo noch ein stück stückholz da sag ich doch jetzt nicht mehr kann man hier schon reiten flitze 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 das ist ja mal lustig zufern geht denn das ich weiß sicher noch gar nicht dass das geht ja und zwar wollte ich eigentlich eine monsterfalle basteln aber jetzt kommt das dicke aber mir fehlen dazu rohstoffe also ab wenn wir in der höhle fackeln haben wir ja hier noch was spawnt stein 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 auch mehr steine soviel steine und kein eisenerz höre ich die nicht auf und bin voll kann ich nicht nur wegschmeißen ach komm guck nein will ich nicht ich habe alle angst und jetzt auf dieser mitzeit weit so lange bis die Spitzhacke kaputt ist das was ich verstehe nicht warum das so lange dauert und Spitzhacke den da hin damit er den nicht brauchen und schon wird er da den da hin ach Mensch Handy erschreckt mich doch mal nicht dauernd Lass mal was essen so ups große Truhe gebratene gebratenes Hammel Hammelfleisch naja so Sandsteine haben wir und weiße Wolle die Wolle kommt erstmal da rein Pfeile brauchen wir erstmal nicht ein Knochen ich brauche noch ein paar mehr Knochen denn so die Tür kommt da auch rein erde brauchen wir auch erstmal nicht Granit ne Akazienholz dazu kann ich ja noch Akazienholzdinger machen Stein da kommt das mal auf die anderen Stecker Kaktus brauchen wir später Löwensamm die brauchen wir auch später die kommt auch hier hin der Zuckerrohr kommt da hin Akazienzweiglinge kommen da auch hin so die brauchen wir gleich also ich brauch die gleich ähm die Fehlern kann auch raus Papier Stecker Kohle Kohle ist immer gut ähm mach ich ja noch immer Fackeln ach ne haben wir ja schon hm 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 Super. So kommt die andere Beloppel. Das ist ein Buskelbeet. Ich folg grad nicht. Oh, der Tag neigt sich so langsam zum Ende. Ich mach hier mal Trick 21. Hey. Okay. Ja. Dazu. Und hin und ab ins Bett. Ja, die erste Folge war ein bisschen kurz, ich weiß. Dazu, zu meiner Verteidigung. Ich habe vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Also sprich, ich habe die ganze Zeit dahin geredet und geredet und geredet. Das ist jetzt die erste, also sagen wir mal, das ist die richtig, richtig erste Fall hier. Und ich werde auch gleich bald meine Erkundungstürchen. Türchen machen. So, wir machen ja. Das ist jetzt nicht so. Dann den Weg. So. Wupp. Na bitte. Ein Weg. So. Für die Erkundungstürung brauche ich erstmal Lebensmittel. Okay. Ja, da habe ich ja noch. Steine werden auch gerade produziert. Holz. Fackeln. Ich habe zwar bis 15 Fackeln, jetzt habe ich ein bisschen mehr, jetzt habe ich 19. ein bisschen. Von den Steinen, muss ich auch mal kurz noch was. Ab 2. Ah, was mache ich denn jetzt hier? Ah. Guten Morgen. Spitzhacke. Ich würde morgen. Spitzhacke. Ah. Ah. Ich würde morgen. noch eine Schaufel. Ich mache nochmal zwei. Zwei Schaufeln. Zwei Schaufeln. Und ein Schwert. So. Ich hatte noch irgendwas Ruhes hier drunter. Da. Ruhes Hühnchen. Kommt auch noch gleich. So, dann wird das hier aber schnell. Das wird unser Startpunkt. Dann kramen wir uns einfach mal Hemmungslos da unten. Genug Erde haben wir bei. Zweimal sogar. Der Sandstein lasse ich hier. Den Kies auch. Das muss man da oben. Brauche ich nicht. Brauche ich auch jetzt nicht. Das brauche ich. Den baue ich nach unten. Brauche ich auch nicht. Sand. Ah ah. Sandstein. Ah ah. Setzlinge auch nicht. Feuerstein. Kann man noch hier brauchen. Lassen wir noch drinnen. So. 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 Einfach mal runter. Jetzt gucken wir mal hier lang. Aha. Bingo. Das lohnt sich doch gerade. Das ist doch mal super. Jetzt gucken wir uns mal hier lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wusste ich es doch. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4. 2, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 8. 9. 10. 6. 7. 8. 10. 9. 10. 11. Was ist das? Weil schachtet das Ding jetzt einfach mal aus. Weil theoretisch müsste ich ja jetzt sagen. Was ist das? 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 In der Hoffnung, ich finde hier noch was Gutes. Okay, was haben wir denn da? Ah, die erste Höhle. Komm her, komm, 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 schnell. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich bin hier hingesetzt. Ich bin hier hingesetzt. Nichts. Hier ist jetzt nix. Nein, 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 nein. Bis die Spitzhacke zerbricht. Jetzt kommt die Erde hochhübbeln. Das war unsere erste kleine Expedition ins Totenreich. Ich bin gefragt gewesen gerade. Alles klar, das war jetzt die erste Feu... Nicht die Pilotwahl, das war jetzt die zweite Feu... Gut. Alles klar. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.